Wow, William Kate strahlen beim Commonwealth-Gottesdienst. Prinz William und Prinzessin Kate beweisen mal wieder ihr Modebewusstsein. Im September 2022 starb Queen Elisabeth II. Womit ihr Sohn Charles zum britischen Oberhaupt wurde. Unter seiner Regentschaft verlieher der britischen Königsfamilie neue Titel? So ist Kate nun nicht nur Herzogin, sondern auch Prinzessin von Wales und Cornwall. Ihr Mann ist hingegen Prinz von Wales und Cornwall und Oberst der Wallisischen Garde. Nun nahmen William und Kate Stiersicher erstmals mit neuen Titeln am jährlichen Gottesdienst zum Commonwealth-Day teil. Das zeigen jetzt die aktuellen Bilder aus der Westminster Abbey. Die 41-Jährige wählte für die besondere Veranstaltung eine dunkle Schößchenjacke mit Stickereien und einen dazu passenden Rock. Dazu kombinierte Kate einen Hut und Ohrringe, die einst Prinzessin Diana, römisches Kreuz 36, gehörten. William ergänzte das Outfit seiner Frau mit einem marineblauen Anzug und einer blauen Krawatte. Normalerweise begeistert Kate die Royal-Fans mit ihren eleganten Looks. Bei einem Besuch bei den Irish Guard überraschte die Prinzessin aber mit einem Outfit der anderen Art. Kate tauchte nämlich in Militärkleidung auf. Wie auf den Bildern auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals zu sehen ist, trug sie zwischen den Soldaten eine Militärjacke, die sie mit einer grünen engen Hose sowie braunen Stiefeln kombinierte.